Wir wollen mal versuchen, ob wir heute wieder eine Seele hier antreffen. Es war eine Seele anwesend, die sich mit mir kommunizieren möchte. Krach? Was für Krach? Was meinst du mit Geregend? Was willst du mir damit sagen? Was? Was ist das? Du bist machtlos. Gegenwas bist du machtlos. Du bist machtlos. Kannst du mir das verraten, gegen was du machtlos bist? Was meinst du mit Forge? 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 Ich verstehe den Sinn nicht dahinter. Was meinst du mit Forge? 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 Stimmen Ja meine Stimme vielleicht Hörst du weg hier meine Stimme Stell dich auch gerne mal vor Ich bin der Guido Ich mag es mir doch verraten wie du heißt Das war's für heute. Heute ist aber viel los, die Autos, das ist Wahnsinn, noch da oder bist du schon wieder weg? Untertitelung des ZDF, 2020